Herzlichen Glückwunsch Stadtsparkasse München. Die Sparkassen-App ist im neuesten Test von Stiftung Warentest als Sieger hervorgegangen. Insgesamt haben die Experten 14 Banking-Apps getestet. Und sowohl für Android als auch iOS hat die Sparkassen-App ihre mobile Filiale mit der Gesamtnote 2,1 am besten abgeschnitten. Im Fokus lag diesmal das Thema Multibanking. Es ist ja so, dass man nicht unbedingt wie früher nur bei einer Bank ist als Kunde. Und die Herausforderung ist dann zu sagen, okay, man hat eine App, bekomme ich da vielleicht auch mehrere Banken unter einen Hut. Das nennt sich dann Multibanking. Und da war diesmal der Fokus drauf. Und da haben eben wir auch sehr gut abgeschnitten. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Stadtsparkasse ist als Kunde, aber hat vielleicht noch eine Direktbank, dann können wir das einfach in unserer App sehr, sehr gut miteinander kombinieren und die beiden Banken zusammenführen. Dabei hat Stiftung Warentest sämtliche Funktionen der Banking-Apps auf Herz und Nieren geprüft. Also der Hauptfokus lag darauf, wie gut ist jetzt diese Kombination von unterschiedlichen Konten und unterschiedlichen Daten, die natürlich auch von unterschiedlichen Banken kommen, in der einen App. Wie kommt das zusammen? Wie sicher ist es? Wie komfortabel ist die Handhabung? Wie ist die Funktionalität? Aber auch, wie steht es um die Sicherheit? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Datensicherheit, Datenschutz, AGB, ganz aktuell momentan. Und da haben wir in allen Punkten sehr, sehr gut abgeschnitten. Außerdem bietet die Stadtsparkasse München noch zwei weitere wichtige Apps an. Zum einen die SID-Check. SID-Check könnte man so übersetzen mit Sparkassen-Identifikationsüberprüfung. Langes Wort heißt auf gut Deutsch, wenn wir sehen, jemand kauft im Internet mit Kreditkarte XY ein, dann wird einfach überprüft, okay, ist es auch wirklich der Besitzer? Bin es auch wirklich ich? Ich hinterlege quasi mit dieser SID-Check-App meine Bezahldaten am Smartphone. Und wenn mit dieser Kreditkarte im Internet was gekauft wird, bekomme ich eine Meldung. Schau mal her, da wurde 50 Euro ausgegeben für das und das. Bist es auch wirklich du gewesen? Und dann kann ich sagen, ja, alles okay. Oder ich sage, nee, Moment mal, das war ich nicht. Haben vielleicht Betrüger, keine Ahnung, ist an meine Kreditkartennummer gekommen oder an was auch immer. Und das ist natürlich ein super Sicherheitsfaktor für sicheres Einkaufen online. Puh, Glück gehabt, ist noch ganz. Sehr praktisch ist auch die App Mobiles Bezahlen oder Apple Pay. Die braucht man, wenn man ohne Karte und ohne Bargeld bezahlen will, sondern mit dem Smartphone. Einfach die eigenen Bezahldaten im Handy hinterlegen und dann beim Einkaufen an das Bezahlterminal halten. Fertig.